überleben simulatoren und damit hallo und herzlich willkommen einem kleinen ne wohl eher zu einem kleinen Let's Show von Minecraft und zwar vom Überleben Simulator 1.0 und letztes Jahr sind wir hier stehen geblieben das Haus haben wir rakundet und jetzt gehen wir einfach mal hier weiter hier bei der Bambusbrücke hin so wir schnappen uns mal noch ein paar brauchen wir nämlich weil wir selbst keine haben ich höre ein zombie und das will ich nicht weil ich auch will auch peaceful spielen und das ist schon fast tradition geworden dass ich vor jeder Minecraftaufnahme hier gerade noch meinen Dienstwunsch wechseln muss so ich muss auch jetzt sterben oder auch nicht was ist das hier denn ach so hier kommen wir noch raus nice 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 auch bei dem anderen ist ein Boot bei dem anderen steht gehen wir mal zum anderen wo kein Haus ist aber ein Boot so den Leuchtturm gucken wir uns mal gleich an und da die ganzen was ist denn das keine Ahnung müssen wir euch rausfinden was das ist hier was gibt es hier noch ach hier ist wahrscheinlich jemand drinnen der die Boote ja verkauft oder vermietet oder so sieht auch ganz schick aus muss man ja mal sagen was ist das hier denn ach das ist so ein Kran um um frachten hier vom vom hier wie heißt der da mal vom Dienstwunsch vom Boot hier schon ein bisschen Müll sammelt sich ja gerne mal sowas an Hafen an Häfen an geöffnet wie geöffnet wo kämen wir denn dahin Gasthof zum rahmigen Schnitzel hat bestimmt nichts mit Rahmschnitzel zu tun ich kann Musik ja machen die stört aber irgendwie ein bisschen weil die Hintergrund von mir also die Hintergrundmusik von mir mal wieder da durchläuft deswegen schmeißt das mal weg so hier hoch geht es noch interessant uh ist da eine Kiste was nee oh nie man was ist das ja denn die sind in der Schiene aber das ist ein Kuchen der Cake ist alive der sah sogar aus wie der Kuchen bei Portal so was ist das hier wahrscheinlich zum Wasser reinspringen nee ich denke mal nicht was ist denn das hier boah vielleicht einfach um da ranzugehen oder hier an der Stange zu strippen und dann herunterzufallen und zu sterben so ungefähr wird der Nutzen davon sein natürlich was hättet ihr sonst anders erwartet so geht's hier noch lang ja gehen wir mal grad aufs große Schiff aufs Schiff mit Kanonen und da sind auch Pfeile sogar nice 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 bombardiert das Festland hund da ist ein Fall auch vielleicht kann ich den Hund treffen hm Mist hier ach hier ist genau das gleiche ach hätte ich fast das Schaf getroffen wenn dieser scheiß Zaun dann nicht gewesen wäre das jetzt das Hund auch nein nein ach manu vielleicht kann ich die hier auf mir austreffen juhu ha 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 ich hab ein Hino gemacht sieht aber hier ganz nice aus ey wie süß denn ein Schaf an Bord störe hm okay hier rechts und nix sind überall Kanonen und hier boah hier ist einfach so ein Raum wo nichts drin ist und nichts ist natürlich wahnsinnig viel so können wir da auch irgendwie noch auf da oben ich mein außer jetzt hier so am Rand hoch zu klettern aber ich glaub andere Option komm komm jetzt hast du das Schaf aber auch verdient oder hm wie kommt man denn hier hoch hm 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 ist da irgendwas falsch hm 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 weiß ich nicht die Plage sieht aber ganz cool aus irgendwie also der Mast das soll glaub ich irgendwas darstellen ich kann aber leider nicht erkennen was was ist das aber hier vorne ist nur sie hinten kann man drauf hm die Segel gefallen mir ganz schön geil gefallen mir ganz schön geil ey raufbuffe was ist das hier ach das ist hier so ein kleiner Besprechungsraum ach wieso benutzt man dafür keine Steindruckplatten wäre viel cooler gekommen für dich zumindest cooler so hier geht es noch runter hier ach hier sind die ganzen Schlafgewinnen für die Matrausen ah immer diese ganzen ah äh schlimpfe man möge sich mal arsch arsch lympfe zusammentun dann kommt da aus arsch lympfe wahrscheinlich ist das irgendwie so ein äh lymphoman arsch so genau hier ist noch ein Boot wir hätten da jetzt auch zu Fuß drüber gehen können zum Beispiel aber egal wir können ja auch mal fahren wir haben ja die Technologie die nicht funktioniert juhu auf zum leuchtturm hey so ah ich glaube das soll ein Strand sein also jetzt hier so die ganzen Sonnenschirme egal geben wir erst mal den Leuchtturm der ist ja auch wow Steak oh man von Kuchen kann ich nichts mehr essen wieso nur ja ja ich hätte die besser gefunden wenn ich hier die Leiter wäre auf der anderen Seite aber ok ist ja alles künstlerische Freiheit hier so schön oben schön nah bei der Lava offensichtlich sterben wir nicht ist ja ein Sicherheitsschutz dann ne wobei hier überall Wolle ist es glaube ich schon so riskant gewesen da das mit Lava zu bauen äh so hier ist nichts mehr das heißt auf zum Strand Alter wie viel Qualm kommt denn da raus ist ja voll übertrieben äh ist das hier eine Toilette ich glaube auf so eine Toilette will ich nicht drauf ich will mich fragen wer da wohl eher drauf war bis da sowas mal rauskommt aber der Weg ist schön hier so was ist denn das hier ein Pommesbude wahrscheinlich äh schade krieg ich nicht wär cool wenn ich da was kriegen würde für boop boop ein schöner Kühlschrank ja vielleicht ist auch so ne kleine Bar hier dann weiß ich ja nicht ich kann nur spekulieren so hier müssen wir hinlegen auf diese weißen ja Handtücher und ein bisschen unter dem Sonnenschirm chillen ah das wär schön und das hier ist ein eingespannter ah hier ist auch so richtig Liegestühle mit Tischen da kann man dann seine Drinks schon raufpacken hier ist wieder ein Sonnenschirm ist ja nice 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 baby hell yeah ja so holt sie noch hin öh was ist denn für ein Block ich hab das ist Wolle oder so hab irgendwie sieht wie sie sich aus hehehehe hehehehehehe oh 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 na hier ist auch so ein schöner Brunnen oder ne sieht aus wie so ein Tempelplatz oder wie so ein Chillplatz weiss ich nicht wo soll ich das noch alles wissen hier was erst einmal auf sich wirken lassen ich glaub das ertrinken oder was sieht das hm hm irgendwie nicht hm wärs mal ein bisschen was hier rum hm das ist ja was nicht ne mir gefallen auch ein bisschen irgendwie schade sieht aber eigentlich ganz gut aus hier so ah hier kommen wir trotzdem hin hier oben drauf ist ja auch noch was erinnert mich ein bisschen an die Hunger Games das hab ich ja auch letztens in meiner Community gezaukt beim Let's Community wer hätt's gedacht oh nein jetzt hab ich ein Ding verloren ist jetzt auch T-Set und ich weiß nicht wo es ist aber was ich dafür gefunden habe ist dieses Haus lenken Aua und Schmerzen hm interessant das sieht aus wie ein Bauernhaus so verdammt groß muss man sagen hey ich will den nicht ständig werfen nicht mal meine Hand als Auswahl Moment ach so das ist ein Ofen ne das ist ein Ofen ach so das ist auch noch ein nein Oven Oven unterschiedliche Stärkstur ich wusste gar nicht dass das geht das war hier auch noch ein Kühlschrank nice and nice hier liebe tanzenden Rosen wir schwingen im gleicht gleichtakt hier ist ein kleiner Tisch ich bin natürlich auch oder mit ja mit mit Bänken oder so weil es eher so länger ist die Soven oben na ich weiß ja nicht ob der Ausblick ist so gut ist oder so ist ein Fernseher da stehen ich glaube nicht boah Fernseher die sind total unnötig man kann auch einfach aus dem Fenster ausgucken hm der ist noch mal die Kisten da kommen wir noch was plündern können nee die Rosen von unten will ich nicht mitnehmen aber muss sagen Hannibal und Zombie die können ja wohl anscheinend doch ein bisschen bauen das ist ein ganzes Dorf davon wow mal hier einfach in das erste Haus oh eine schöne shit shit Ecke ja ich meine sitzecke natürlich hier sind paar schöne Pflanzen das ist ein bisschen Wasser alles mögliche ich geh mir jetzt mal in den Keller äh okay ich hab's kaputt gemacht ne ich mach keine Geräusche ooooh das ist keine CD so ne das meinte ich denke sieht ja hier echt geil aus muss man sagen oh das ist voll geil hier da hat es so einen Taten müssen stopp äh ich hab das Gefühl dass diese Häuser sie 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 ja ich hätte 3 3 nötig 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 ok dann verpissen sie sich alles klar nein hoch mit mir oh sieht so irgendwie sehr geil aus mit diesen Falltreppen Falltreppen ne Falltüren meine Fresse ok hier schlägt der Typ wahrscheinlich als wäre der Planbesitzer so und noch raus können sie ihn auch mal grad den Runden anschauen mm vielleicht ist ja auch da ein Specken weis ist ja nicht ok wahrscheinlich schon aber ich nicht das ist komplett unwissen dumm Flash ganz schön Flash ganz schön Fast ist wieder sobald Flash der flasht mich auch wieder jedes mal mit seiner scheiß flashbang da hat er mal verprügelt was passiert wenn man diesen pissen aktivieren würde das will ich mal wenn diese dinger nicht schieben auch ein mensch immer noch gerade hier im nebenraum ist so eine küche gerade und sie fehlt ein block irgendwie warum auch immer jetzt sind wir zum torschen immer noch nach oben meistens reisend kommt auch die ganze Zeit den Kameramodus anmachen aber ich weiß nicht ich habe jetzt noch ein bisschen machen oder im nächsten Pass ich hoffe es gefallen werden sie sich auch beim nächsten Mal wenn es heißt der letzte schon mein kurz überleben simulatoren haut rein